Wie soll ich dich töten ohne... Mist Habe ich noch die andere Methode Gift? Mal schauen ob das so wird Ja apropos Gift, sie drehen dann einfach durch und schlagen um sich mit der Waffe Das ist noch sehr praktisch Wenn man so einen großen Heine erwischt Und dann plötzlich Jetzt klettert noch jemand rauf und fällt runter Ja, ist ja genial Oh, tot Tot Gut Ich glaube der zählt so Eigentlich wollte ich ihn runterwerfen, aber naja Es ging wohl nicht so wie gedacht Wieso zum Henker Läuft mir das Fahnenkreuz jetzt nach? Hä? Hilfe! Ein Fahnenkreuz, ein Fahnenkreuz! Ich bin verwirrt Die Qualität unserer Letze ist Legendär! Hier wisst ihr, dass ihr das Beste bekommt! Ist er aufm Turm? Mhhh Och Menno Muss ich jetzt wirklich ganz... Mhhh Ich sollte Leonardo endlich sagen, dass er die Lifte finden soll Ich weiß, er hat es nicht getan, aber... Mhhh Mhhh Welchen... Kleinen Anstoßgebende Codex-Seite entwickeln Ja, das wär's In der drinsteht, wie man nen Lift baut Mhhh Ne, falsch So So Da oben ist ne Feder Und ich hoffe, dass auch mein Attentats C ist Mhhh Denn irgendwie ist die Anzahl... Karte gerade Ein bisschen verpackt Mhhh Ach komm, du kannst hier nicht rauf... Mhhh Das sind gleich mehr Mhhh Ok, erst goldene Ziel ist dabei, ist ja schön Mhhh Mhhh So, ich wünsche guten Flug Eins Und dir wünsche ich auch noch einen guten Flug Und eine gute Rückse... Rückreise Und ja... Vielleicht willst du einen Kotzbeutel brauchen, aber... Naja, vielleicht auch nicht Ich glaube eher nicht So, er wird auch gleich eingesammelt Sehr schön Und runter geht's Ui Boi Gut Nächstes Ziel ist dort Also irgendwie ist die Zielanzeige wirklich sehr verpackt Wenn ihr euch mal die Karte anschauen würdet Ja Was seht ihr da? Mhhh Mhhh Very strange Strange Naja, gar... Wurscht Äh Renn ich jetzt in die falsche Richtung, oder was? Nein Das ist zu ver... Äh Ah, gut Man sieht hier die Richtung gar nicht Ah, ok Na gut Da bin ich wohl falsch gekommen Hm Ich hoffe das hebt sich nach, ähm Nachdem ich die eliminiert habe Sonst, äh Wird's nicht mehr lustig Ups Sehr schön So, hier hoch Da ist schon mal ein Ziel, sehr gut Wieder auf einem Turm Ja, sieht's aus Sieht's stark dann auch aus Der müsste eigentlich runter So Ah, komm mal hier auf Da links Einmal rundherum Nochmal Nochmal So, gleich hab ich dich, Kollege Gleich hab ich dich Da oben ist doch einer, oder? Nein Doch Doch, doch, doch Gut Äh, du kommst schon hier durch, oder? Nicht? Hm Hm Hmh, wow Hmh, wow Hmh, wow Schon gut, Apps Studios Mmh, hm, hm rund Letztes Ziel So tief Fenster die auch nicht der Tufel Städt wie ich soll in der Nähe und oben sehr schön dann ist was ist los ist das mein nein oder komm komm ähm naja ok wo ist der das ist eigentlich keine Wache aber naja egal die habe ich schon eine gute Idee richtig erledigen kurz einen Umweg machen hopp hopp naja ein gefährlicher die Assassine fix hihihi hm salut hm hihihi hm hihihi hm hihihi hm hihihi hm hihihi hm hihihi schauen wir doch mal zu was passiert der dreht ja mal gut durch hoppa wie tot dort geht doch ich hoffe jetzt ist der bug dann nicht weg nein ich will mit naja seht ihr das passiert mal gut ich tat was ich konnte aber vielleicht solltet ihr versuchen euch einen anderen nicht ich finde bei dem hat man die größten Aufstiegsmöglichkeiten hehehe so im Sinn von Tömerklettern weißt du was bleibt einfach stehen gut danke wir sehen wir schauen so Hauptaufgabe wir zurück naja ich würde sagen das mache ich das nächste mal ja das mache ich das nächste mal mal schauen was passiert also dann wir sagen ciao ciao und bis dann wenn es wieder heißt let's play Assassin's Creed 2 und wir kommen Jakobu immer näher oh ja also bye bye Musik 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 Musik